Droner hält Position! Unter Verschuss! Ivy, ich habe einen Weg gefunden, das Rootsil-System unter Gordheim zu verfolgen. Folge den Wurzeln. Sie werden dich zum Ziel führen. Such weiter. Sie erwacht aus einem langen Schlaf. Wo ist er hin? Wir gehen in die Gebiet suche! Ich höre sie. Sie weint. Sie ist gefangen. Sie entfernt sich. Dreh um. Ich höre sie, Batman. Und in den Augen schreit. Sie greifen meine Pflanze an. Beschütze sie. Schieß weiter. Erledigt sie. Ja, Sir. Riegelt die Gegend ab. Niemand kommt uns nach. Ich kann ihre Rinde härter als Stahl machen, aber ich brauche Zeit. Ich werde sie beschützen. Halte sie auf. Jetzt bist du nicht mehr so stark. Halte sie fern. Das kann sein. Versuch jetzt nicht zu schlagen. Ich brauche mehr Zeit. Kämpf weiter, Bad Man. Beschütze sie, Bad Man. Nur noch ein bisschen. Nicht mehr lange. Geschafft. Sie ist ausgewachsen. Jetzt sollte sie stark genug sein, um das Toxin zu neutralisieren. Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir. Aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf den Bad Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. Sir, ein Polizeihubschrauber hat einen der vermissenen Feuerwehrleute auf einem Dach in der Nähe der Grand Avenue entdeckt. Wir haben leider keine exakte Position. Viel Glück. Wieso arbeitet Ivy jetzt mit der Fledermaus zusammen? Stop it! Liedermaus in hier! Fang das! Bitte! Ich muss es wissen. Hast du noch jemanden gefunden? Einige ihrer Männer sind im GCPD. In Sicherheit. Weißt du, wie froh ich bin, das zu hören? Selbst vor heute Nacht waren die letzten Wochen die Hölle. Entlassungen, Brände überall in der Stadt. Überall? Ja. Es waren mehr in einer Woche als sonst in zwei Monaten. Aber der Chief hat sich reingehängt. Er hat für Jobs gekämpft, uns zusammengehalten. Diese Jungs, Batman, sind für mich alles. Ich werde sie finden. Ich verspreche es. Warten Sie hier. Ein Polizist wird sie abholen. Ich bin auf dem Weg zu den Film-Studios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Bounders Island vor. Es wird Zeit, um die Offensive zu gehen. Sehr wohl. Die Höhle des Löwen erwartet sie. Bats, du solltest Scarecrow finden und ein wenig mehr Gas schluppern. Ich muss mir mal wieder die Beine vertreten. Ich bin mal in London. Wir benutzen Akzent nur, um bedrohlich zu klingen. Denk nur an Robin da unten. Der sein Leben mit Barbara plant. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein. Sie ist so liebenswert. Sir, wie werden Sie Muscle Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordens Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Everett. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Schön, dich zu sehen, Batman. Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Du wolltest mich herauslassen. Das wird meine Frau sagen. Sir, die Langstrecken-Scanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nichts, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobile in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Sieht übel aus, nicht wahr? Die Armee des Knights hat ganz Gotham überrannt. Damit komme ich klar. Hoffentlich hast du... Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Also, ich wuchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmitteln-Nonsens. Ha! Oh, Bruce. Vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham 9 zu erledigen. Das wird dein Armee sein. Die letzte gute Tat, die du vollbringen wirst.